So, und damit willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir schauen heute in das Spiel Hero Seed Shine. Dabei handelt es sich um ein Hackenslay-Roguelike-RPG-Game, created by Panic Art Studios im Jahr 2013. Wir spielen die Version 1.6.1.0 ohne DLCs an dieser Stelle. Und es handelt sich um die Steam-Version. Wir haben insgesamt einen Local Player und einen Panic Net, ein guter Name an dieser Stelle, also den Online Multiplayer. Da schauen wir mal kurz rein, denn es ist der Fall, dass dieser sich noch im Beta-Zustand befindet. Das heißt, für alle, die sich für das Spiel interessieren sollten, ihr seid vorgewarnt. Entsprechend schauen wir in den Single Player hinein. Dort gibt es natürlich den Co-Player. Die Co-Play-Möglichkeit braucht ihr ein Gamepad und einen zweiten Spieler. Und dann kann das Ganze schon losgehen. Steht mir nicht zur Verfügung. Also schauen wir in den Single-Single-Player gewissermaßen hinein und stellen fest, wir haben bis zu zwölf Slots, die wir belegen können mit Charakteren. Wir werden mit dem Macromancer spielen, auf Level 92 an dieser Stelle. Ich habe also schon ein wenig in dem Spiel meine Zeit verbraten. Insgesamt stehen uns zur Verfügung. Alle die hier zu sehenden Charaktere, mit Ausnahmen dieser hier, die muss man sich extra besorgen. Möglicherweise muss man die kaufen oder man muss die noch freischalten, ich bin mir da nicht sicher. Insgesamt unterscheidet man in Nachkampfeinheiten wie den Viking oder den Nomad und in Fernkampfeinheiten wie den Pirate. Oder eben auch den Necromancer, den wir nun so auch auswählen. Und los geht's. Wir starten in einer Stadt, nämlich Town of Inuya. Und naja, unser Ziel ist es im Grunde wie üblich, die üblichen Verdächtigen zu beseitigen. Gesteuert wird das Ganze mit WASD. Da können wir den Charakter bewegen. Und wir haben unsere Maus, mit der wir angeben können, in welche Richtung wir feuern. Es geht nur in alle Himmelsrichtungen. Nichts in die Schräge oder die Diagonale. Wahlweise kann man das auch mit den Pfeiltasten machen. Meine an dieser Stelle bevorzugte Möglichkeit. Also nicht wundern, dass ich jetzt die Maus nach oben schiebe. Wir haben hier einige Figuren, mit denen können wir reden. Die sind alle nicht sehr gesprächig. Das hier ist noch der, mit dem man am meisten zu tun hat, denn hier kann man sein Zeug verkaufen. Kaufen hingegen kann man nicht wirklich viel. Im Grunde gar nichts. Wieso ist denn die Dialogbox nicht verschwunden? Was soll denn das? Okay, jetzt ist sie weg. Tja. Und da haben wir unsere Gegenstände. Die können wir anlegen oder verkaufen. Es ist sehr leicht ersichtlich, was einen vorwärts bringt. Und was einen rückwärts niederschlägt, gewissermaßen. Das hier ist von Vorteil. Das werden wir aufbewahren. Wie wir das hier in die Kiste reinstopfen, zumindest stelle ich mal fest, dass das, zumindest gehe ich mal davon aus, dass es möglich ist, habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Schande über mein Haupt. Wir verkaufen unser Zeug. Das brauchen wir alles nicht. Wir sind schon stark genug. Tatsächlich findet man wirklich starke Gegenstände sehr früh im Spiel. Im weiteren Verlauf wird das wirklich zur Rarität. Also etwas wie hier oben, das einen derart weiter voranbringt. Das sind gleich mal drei Ecke, die nach oben zeigen. Drei Level-Ups in puncto Verteidigung. Das hat Seltenheitscharakter. Wir haben die Möglichkeit, unseren Schwierigkeitsgrad hochzustufen. Beginnt bei Normal. Dann geht es hier durch die einzelnen Portale. Diese vier Linken stehen zur Verfügung. Was mit den rechten ist, weiß ich nicht genau. Dieser hier findet sich noch unter Konstruktion. Naja. Hat man das dann geschafft, geht es weiter in Nightmare. Bin ich mittlerweile auch schon durch. Weiter geht es mit Hell. Dem folgt Infernung, Agony und Destruction. Wir werden in Hell reinschauen. Und zwar in den ersten Level-Abschnitt. Mal gucken, wie lange wir durchhalten. Ist ein Spiel, wie eingangs erwähnt, Roguelike. Mit einem Roguelike-Charakter. Das heißt, geht man hier drauf, darf man nochmal von Grund auf anfangen. Wie in diesem Fall jetzt auch der Fall. Die Ladezeiten halten sich erfreulicherweise in Grenzen. Und dann heißt es hier, nichts anderes als Überleben. Wir finden Kisten, wie diese hier. Dort ist oftmals Geld drin. Manchmal auch ein bisschen was an Gegenstände. Wir finden eine Menge Gegner, wie etwa diese hier. Manche von denen haben besondere Eigenschaften. Ranged Resistance in diesem Fall. Das heißt, hier müssen wir nah ran, um die zu besiegen. Und da haben wir schon ein Level-Up. Beschwören wir einen Untoten. Unten sehen wir die Fähigkeiten, die wir erlernen können. Beziehungsweise erlernt haben. Es gibt aktive und passive Fähigkeiten. Eine aktive ist die des Beschworenen da oben gerade. Und die passiven Fähigkeiten, naja. Da muss man nicht viel machen. Dazu zählt zum Beispiel die Hände, die um den Charakter, den wir steuern, um auf ein Band auftauchen, um den Gegner ziemlichen Damage zu fügen. Wir sind am Anfang des Levels natürlich noch ziemlich schwach. Müssen uns erst aufwerten. Entsprechend, wie man gerade sehen konnte, macht unser Beschworener locker mal alles platt, was sich uns da in den Weg stellt. Wir sammeln das Zeug ein. Leben und Mana findet man. Oder aber beschafft man sich durch das Besegen von Gegnern. Manchmal auch über Kisten. Es gibt insgesamt auch Tränke. Mit den Tränken jedoch ist das so eine Sache. Die können einem nämlich von Vorteil, aber eben auch von Nachteil sein. Es lohnt sich, aufzupassen, gerade wenn man nur noch sehr wenig Leben hat, auf diesen Trank zu verzichten. Denn sonst geht man aufgrund dieses Tranks drauf. Das ist mir schon öfters gerade am Anfang passiert. Ich hatte gedacht, man könne vielleicht herausfinden, was diese Tränke bewirken anhand der Farbe oder der Größe. Dem war leider nicht so. Da haben wir ein verschlossenes Tor. Es dauern immer wieder mal Sidequests auf, Nebenquests. Wo man dann ein paar der stärkeren Zwischengegner beseitigen kann. Die insgesamt tatsächlich keine große Herausforderung sind, was mich wundert. Gerade in der Anfangszeit sind die Endgegner der einzelnen Levelabschnitte, wie eben diesem hier, auch nicht wirklich sehr stark. Mittlerweile hat sich das geändert. Das gilt auch für die eigentlichen Bossgegner der jeweiligen Stage, auf der man sich hier gerade befindet. Die größeren Gefahren sind dann oftmals tatsächlich die Fallen, die man im Gemenge übersieht, wie etwa diese Stacheln, die da aus dem Boden rauskommen. Die werden in diesem Fall noch vom Baum verdeckt und wenn man dann mitten in einer Masse von Gegnern ist, dann übersieht man die doch sehr leicht. Tja, und nebst diesen Sidequests, oftmals sind das dann auch diese Tore da, gibt es einen Zugang zum Shopkeeper, was immer wieder eine freundliche Angelegenheit ist, da einen sehr schnell sehr stark werden lässt. Bedauerlicherweise findet man den nicht sehr oft. Wir haben hier diese Kisten, die können wir einfach vernichten. Meistens ist Geld drin. Oder auch nichts. Diese Kisten, die wir schon am Anfang kennengelernt haben. Es gibt dann auch goldene, für die wir einen Schlüssel brauchen. Und es gibt Kristallkisten. Mit Leidtaste können wir die nächste Welle erscheinen lassen. Man kann auch mehrere Wellen gleichzeitig erscheinen lassen. Und manchmal taucht dann eben auch so etwas hier auf. Das werden wir eventuell in Anspruch nehmen. Eventuell aber auch nicht. Denn ich stelle gerade fest, wir haben einen Schlüssel. Und bevor wir den hier aus Versehen irgendwo investieren, Sollten wir in dieses Tor dort investieren. In diese Luke. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Shopkeeper ist. Und wie schon gesagt, der lässt uns sehr schnell sehr stark werden. Dann ist die Überlebenswahrscheinlichkeit natürlich umso größer. Noch eine meiner passiven Fähigkeiten, die sich ab und an mal aktivieren. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Trigger gibt. Und jetzt gehen wir hier mal runter und hoffen, dass es ein Shopkeeper ist. Wunderbar. Ja, danke auch. Und noch eine Kiste. Ja, super. Sammeln wir auf der rechten Seite noch das Gold ein. Und wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch zu einem der Level-Endgegner. Du hast gut lachen. Nehmen wir mal einen Trank, der hat uns Vorteile verschafft. Und dieser Trank, der tatsächlich auch. Da haben wir doch Glück gehabt. So, hier können wir unser Geld investieren. Es gibt Gold, wie man unten rechts sehen kann, nebst dem Schlüssel. Und es gibt unten links diese Kristalle, die, man kann es sich denken, sehr schwer zu ergattern sind. Und hier haben wir eine weitere passive Fähigkeit über einen Gegenstand erworben. Etwas, das uns folgt. Es gibt da noch die aktiven Fähigkeiten, nebst denen, die man selbst erlernen kann, die man auch eben über Gegenstände erlangt. Die sind manchmal, muss ich sagen, wirklich ein Rätsel. Es lässt sich nicht genau erschließen, was sie bewirken. So habe ich etwa das Buch, ein Buch der Toten oder ein Buch des Teufels oder irgendwas in der Art gefunden. Und war mir nicht sicher, was es nützt. Das ist natürlich ärgerlich. Wir haben gerade eben gesehen, dass eine neue Welle aufgetaucht ist. Die kann man mit der Lär-Taste rufen. Man kann auch mehrere Wellen gleichzeitig herbeirufen. Das ist natürlich interessant. Wenn man deutlich stärker geworden ist, dann kann man das Ganze hier sehr beschleunigen. Mensch, als ob wir hier in der Disco wären. So, jetzt hier. Ein ins Gemenge. Noch ein paar Untote beschworen. Beschwören. Das ist hier der grammatisch korrektere Begriff. Und die Hände, die um uns herum auftauchen, die leisten volle Arbeit. Das hat doch wunderbar geklappt. Sammeln wir gerade das Zeug auf. Da haben wir eine Kristallkiste. Und die nächste Welle ist auch schon am kommen. So, du bist kein Problem. Und du erst recht. Jetzt fehlt uns natürlich ein Kristallschlüssel. Dauerlicherweise sind die Untoten, die wir beschwören, recht langsam. Insgesamt gibt es von diesen Stages, also was den Schwächkeitsgrad angeht, drei solche, nein, im Moment vier solche Level. Die ist zu bewältigen, gilt. Und dann geht es auch schon zum Bossgegner. Und wenn der besiegt ist, dann geht es zum nächsten Level. Und wenn alle erledigt sind, geht es ab in den nächsten Schwierkeitsgrad. Hier haben wir etwas eingesammelt, das leider nicht von Vorteil ist. Da hängen wir fest. So, einmal mitten rein. Und alles erledigen. Kein Problem, kein Problem. Da spritzen die hier regelrecht weg. Guckt euch das an. Man kommt sich schon ein wenig mächtig vor. Und die Sprüche sind auch ganz schick. Die Stimme vom Necromancer gefällt mir sehr gut. Da haben wir etwas, was wir einsammeln können. Das ist doch etwas, was wir nutzen können. Sollten nicht gerade in Schussreichweite stehen. So, werfen wir einen Blick rein in die Waffen. Warum sehe ich das? Moment, nein. Warum sehe ich das denn nicht? Sehr komisch. Na ja, gut. Ja, manchmal unterliegt man hier ein paar Rätsel. Welle Nummer 7 steht an. Man kann auch mehrere Wellen kommen lassen gleichzeitig. Funktioniert aber auch nicht immer. Oh, jetzt bin ich da aus der Seine rangekommen. Das war natürlich ungeschickt. Da wäre noch eine Rüstung. So, beseitigen wir diese hier auch. Du machst hier wieder deinen Flächenangriff. Das wird dir aber auch nichts bringen. Das ist halt hier schon erledigt. Wenn man Glück hat, begegnet man diesen Shop Keepern, wie wir ihn vorhin gesehen haben. Möglichst oft. Man kann sich dann vorstellen, dass man sehr schnell, sehr stark wird. Im Grunde rennt man hier nur noch durch und hinterlässt eine einzige Blutspur. Ah, in die Netze halten wir uns ein wenig auf. Da ist noch ein Amulett. So, ihr müsst auch dran glauben. Habt es euch selber ausgesucht. Sehr schön. Das läuft wunderbar. Wir sind noch nicht einmal drauf gegangen. Und da sind wir auch schon beim Endgegner für diesen Levelabschnitt. Jetzt schnappen wir uns noch die Kiste. Jetzt gilt es den hier ausfindig zu machen. Oder auch einfach dem Pfeil zu folgen. Conjured Mask. Da ist er. Das muss ich ja sagen, ist der einzige Endgegner, den ich bisher noch nicht so richtig raffe. Was der eigentlich macht. Der schwebt da herum. Und dann wird er besiegt. Tja. Da gibt es Fähigere. Sind aber insgesamt auch keine, ja, ernstzunehmende Herausforderungen. Worms und Maggots shall grow fat from your corpse. Ah, die Sprüche, herrlich. Und dann kriegen wir natürlich eine Belohnung. Critical Chance. Also, einen kritischen Treffer zu setzen, das können wir jetzt offenbar besser. Sehr schön. Wir haben jetzt noch eine Kristallkiste. Nur kein Kristallschlüssel. Das ist ein wenig ärgerlich. Oftmals begegnet man in den Levels wirklich viele interessante, vielen interessanten Kisten. Nur es fehlt eben an Schlüsseln. Ja, und manchmal passiert eben auch das hier mit diesem Blut auf dem Bildschirm. Ich weiß bisher noch nicht genau, was das bedeutet. Ob dieses Level hier jetzt ein besonderes ist. Konnte sich mir bisher noch nicht erschließen. Da haben wir auf jeden Fall eine Kiste. Und einige von meinen ungeliebten Fernkampfgegnern. Ich weiß schon, warum ich für einen Kampf bevorzuge. So, und die halten schon einiges mehr aus. Das war offenbar gerade der kritische Treffer, den wir da gesehen haben. So. Tja, und dann geht das halt im Grunde immer so weiter. Hier haben wir tatsächlich noch einmal einen Shopkeeper. Das hat nicht selten, hohen Seltenheitscharakter. Und eine Kristallkiste. Jetzt fehlt es natürlich an Schlüssel. Dass die in solch eine Vase reinpasst, Mensch. Da müsste eigentlich ein Schlüssel drin sein. Gehen wir hier doch mal runter. Vielleicht ist es ein Nebenquest. Dann sehen wir das auch mal. Ja, und darum sind wir auch hier. Mitten rein gerannt. Und erledigt. Ach, da ist noch einer. So, erledigt. Leider keine Leichen vor Ort. Sonst könnten wir noch ein paar beschwören. Ihr seid alle kein Problem, Leute. Ihr seid alle kein Problem. Bei diesen Nebenleveln gibt es dann meist auch ein paar, wie man das so nennen will, Rätsel. Oder auch Denkspiele. Oftmals sind das Geschicklichkeitsspiele. In diesem Fall müssen wir, naja, wer hätte es gedacht, die Gegenstände entsprechend platzieren. Manchmal muss man Hebel umlegen. Manchmal muss man Gegenstände auf Hebel oder auf Schaltflächen positionieren oder Schaltflächen berühren und runterdrücken. Hier unten rechts sehen wir einen Hebel. Den werden wir wohl gleich umlegen können. Und je nachdem, welche Fähigkeiten man kriegt, werden wir entsprechend stärker und umso schneller lässt sich das hier auch machen. Es gibt zum Beispiel eine Fähigkeit, die nimmt dir deine Beine. Dann machen dir Bodenfallen zum Beispiel nichts mehr. Und du kannst hier einfach über die schwarze Fläche hinweg schweben. Oder über das Wasser hinweg schweben. Das ist natürlich super. Sieh an, da oben liegt einiges rum. Um die ganze Sache deutlich effektiver zu machen, umso ärgerlicher ist es, wenn man da drauf geht. Nicht selten aufgrund irgendeines dämlichen Missgeschicks, weil man nicht aufgepasst hat oder sich doch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Da muss man aufpassen. So, wir haben keinen Schlüssel. Aber hier sind Kisten. Und eine Riesenratte, die so hungrig ist, dass sie ihren Käse regelrecht verzweifelt sucht. So, aber du bist auch keine Herausforderung. Obwalla. Tja, sobald der Gefährte hier vor Ort ist, sieht's übel für dich aus. Und den Schleim, den du hier ausgesondert hast, das ist ja echt widerlich. Eben, so sieht's aus. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund. So, verdrücken wir uns hier gleich. Da oben links zum Beispiel sind ein paar Kisten. Die könnte man auch nur mit jener Fähigkeit erreichen. Anders kommt man da nicht ran. Tja, und das sind die Nebenquests. Oftmals auch etwas repetitiv. Wiederholen sich recht schnell. Man kommt tatsächlich an einen Punkt, wo man sich überlegt, ob es sich lohnt, diesen in Angriff zu nehmen. Also das Nebenquest in Angriff zu nehmen. Oder nicht, doch lieber das Level durch zu gehen, ohne den Quest. Weil man gerade besonders stark ist, oder weil es gerade besonders gut läuft. Der Reiz, den Quest, den Nebenquest, doch zu machen, erhält sich halt in Grenzen. Gerade auch, wenn man Ausrüstung findet, die einen nicht wirklich stärker werden lässt. Das muss ich dem Spiel ein wenig angreifen. Ansonsten finde ich es super, dass man hier sehr schnell auflevelt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden ich hier schon reingepulvert habe. Ich würde sagen, vielleicht zwölf. Irgendwas in der Richtung. Vielleicht auch 15. Und bin eben schon auf Level 90. Und darüber... Also das geht wirklich schnell. Das macht Laune. Nur wenn man mit diesen Leveln dann auch wirklich was anfangen könnte, wäre das natürlich sehr von Vorteil. Im Multiplayer macht es bestimmt noch mehr Spaß. Dazu müsste dieser aber ordentlich funktionieren. Das heißt, für alle die, die Interesse an solchen Spielen haben, denke ich, kann man auf jeden Fall ein Go geben. Also grünes Licht. An sich, wie gesagt, um die Steam-Version. Und die läuft recht stabil. Von dem her gibt es da keine großen Probleme. Soweit ich das wahrnehmen konnte. Nur eben der Multiplayer. Oder ihr habt jemanden am Start, der das Ganze mit euch zusammenspielen will im Koop. Die Optik macht auch einiges her. Und der Sound, der ist auch, wie ich finde, sehr gut gelungen. Und von dem her befinden wir uns auch schon am Ende dieses Let's Plays. Ich denke, ihr konntet einen Eindruck über das Spiel gewinnen. Wie ich glaube ich schon gesagt habe, ich spiele solche Spiele nicht oft. Das ist tatsächlich mein erstes, das ich mal selber etwas in Angriff genommen habe. Der Jan hat es mir zukommen lassen. Und man wollte es zocken wie Hammerwatch. Auch ein sehr empfehlend wertes Spiel, das in dieser Richtung hier geht. Auf jeden Fall vergleichbar ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit. Haben wir auch auf dem Kanal. Könnt man einen Blick einwerfen. Sehr lustig. Da sitzen wir zu dritt und naja, seht selbst. Man kann es in schweren Worte fassen. Werden wir hier gerade stehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch für das Spiel begeistern, wenn ihr Freunde von diesen Spielen seid. Hoffe ihr haltet Spaß und hoffe ebenso, dass ihr beim nächsten Let's Play wieder dabei seid. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020